hi ho und willkommen zurück bei dem strategie spiel und zwergenfreunde zu age of mythology wir machen weiter mit der hauptkampagne mit dem ägyptischen teil und haben jetzt insgesamt drei nein eigentlich sogar vier lange missionen jetzt vor uns also recht lange das heißt mal sehen wie viele ich pro aufnahme session schaffe in den letzten aufnahme session haben wir ja ziemlich viele missionen so am stück geschafft jetzt dürfte das etwas abnehmen da wir in jeder mission ziemlich viel basenbau zu betreiben werden müssen aber wir werden ja sehen also starten wir mit mission 17 die festung des schakards ist dies der ort ja kemsitz festung das stück befindet sich dort drinnen sind die männer bereit ja am andrer gut wenn kemsitz sich dort aufhält rührt ihn keiner an ausser mir die bauern hier müssen ihres inselnachbars überdrüssig sein vielleicht helfen sie uns also gut wir haben ein paar kamel reiter und am andrer mit zwei axt kämpfern und ein paar schleider kämpfer die dürfen aber kein großes problem sein gegen unsere schnelle reiterei gucken wir uns erstmal kurz da hinten um hier ist eine reliquie beracht von hyänen erhöhnen erhöhnen mit völkerungs limit das ist schon mal sehr praktisch wir sind übrigens wieder isis das heißt unser dorfzentrum hat allgemein mehr bevölkerung das wir jetzt gleich einnehmen werden hört mich an folgt des nähls ich bin am andrer die feine von kensit helft uns und wir werden verhindern dass ihr euer land weiter blinden wir helfen euch bringt den bauern im flussteil der gute kunde am andrer hier ist noch ein kleines lager von seht das wir einreißen können und jetzt können wir halt alle gebäude einnehmen die wir am andrer hinschicken schicken wir die schon mal sammeln und bilden am besten gleich noch mehr dorfbewohner aus so ihr könnt das ding noch zerstören die zebras hier können wir eigentlich in ruhe lassen wir verbessern gleich am besten unsere landwirtschaft so hier wäre noch ein dorfzentrum was wir einnehmen könnten ich würde mal sagen ihr beide braucht mir für 100 golden tempel mal hier auf das am andrer hat sich erledigt reißt den tempel wieder ab und baut lieber hier eine goldmine auf und hey wir haben einen pharao bekommen sehr schön so die beiden werden weiter aufklärung betreiben wir müssen noch die anderen gebäude hier nämlich einnehmen so und fünf holzfäller könnten wir hier gebrauchen hier ist nämlich ein holzfällerlager das können wir aber glaube ich nicht einnehmen indem wir irgendwen hinschicken wir müssen wirklich immer am andrer hinschicken erst mal sollten wir aber unseren hafen sichern das können wir am besten indem wir am andrer hier hochschicken diese türme werden den hafen beschützen während ihr eine flotte aufbaut genau die türme die unseren hafen beschützen sind immer gut wir brauchen jetzt aber allerdings erstmal mehr holz für forschungen so wir könnten ja was könnten wir denn ja nehmen erstmal das haus hier ein am andrer während die sich hier weiter umschauen hier sind überall felder von multa natur wenn wir uns halt am nildelter befinden haben das irgendwelche bauern mal angelegt hier werden ein paar arbeiter die noch ein dorfzentrum dann belegen könnten für uns also ja dorfzentren können wir ziemlich viele belegen wie man sieht hier hinten ist aber erstmal schluss okay am andrer für was habe ich dann holz in der lage gebaut das ist die gute frage jetzt dann reißen wir das hier ab und du gehst holz hacken und du gehst holz hacken und da wir genug gold haben machen wir das hier schicken am andrer dahin okay das hier hinten sieht recht abgelegen aus die krokodile lassen uns zu blicken runter als keine krokodile des sefs sind oder des seht angriff stärke mythischer see einheiten verstärken das ist doch auch was schönes da drüben würde ich auch gerne mal hingucken aber als erstes nehmen wir hier hinten das gebiet ein hier hätten wir noch zwei goldmeer die wir von der siedlung aus abbauen könnten so was sagen unsere sammler denn also sahaf ist wir sollten die insel erkunden bevor wir unseren brückenkopf am strand errichten ja mit brückenkopf am strand wäre das gebiet hier gemeint dort sollten wir uns nachher ein lager aufschlagen von wo aus wir mit truppen angreifen können hier ist ein affe und genau chem sind landet irgendwann mal mit truppen hier bei uns was recht nervig sein kann er landet irgendwo hier in der nähe des dorfzentrums so da wir jetzt genug gold und holz haben verbessern wir jetzt erst einmal zum verteidigungstürme schicken weiterhin unsere leute wieder die arbeit verbessern den ressourcen abbauen mal grundlegend gucken wir wo sich am anderer versteckt hält wir können leviatarde bauen ok wir haben eine einzige fischquelle hier innerhalb unseres geschützten bereiches das heißt einer mit beißt bei den sauren ablockiert außen fischen so wo habe ich am anderer jetzt gelassen hier habe ich am anderer gelassen dann soll sie mal hier besitzen so wir haben jetzt immer noch sieben sammler die schicke ich mal zu deiner eigenen sicherheit hier oben hin bau doch einen als ersatz aus wobei wir eigentlich recht gut nach und kriegen deswegen verbessere ich jetzt erst einmal hier gold und holz ab pech brauchen wir nicht unbedingt erstmal sichtweite für gebäude und wer dessen bauen pharao und der eine arbeiter hier die dinger weiter dorfzentrum kostet 400 holz das besitzen wir dann halt auch gleich mal am besten so und du bringst die reliquie auch noch in den tempel dann haben wir drei reliquien erhöhtes bevölkerungslimit für dorfzentren ist schon mal nicht schlecht angriffsstärke von türmen ist auch nicht schlecht so mehr sichtweite und dann werden wir das dorfzentrum hier besitzen und hier irgendwo mal eine migdol festung errichten hier oben wäre relativ viel gold da wir gold mehr brauchen als holz werde ich noch zwei weitere gold abbauer einstellen auch wenn das gold vorkommen recht klein ist haben wir hier unten zwei große die werden also das dorfzentrum hier besitzen aber du hilfst jetzt erstmal beim bauen ich will die ersten drei monumente gerne gebaut haben auch wenn jedes weitere teurer wird aber jedes monument gibt uns punkte priester und pharaon mehr schaden an fütischen einheiten schneller vor den toten wieder auferstehen ach komm bauen wir doch das monument für pharaonen dann haben wir vier stück regen viel schneller kunst wolken umhagen macht so satten wir stadsfeger gegen durchschlagsangriffe ist auch noch nicht schlecht und da ist wieder ein angriff okay nervende angriffe geht mal wieder die arbeit leute so noch ein dorfzentrum kostet ein bisschen was ich würde allerdings erst gern das dorfzentrum hier oben besitzen auch und käme sind benutzen regenschauer wie viel häuser habe ich eigentlich überhaupt nichts sechs also erhöhen wir mal unser maximales bevölkerungslimit und das geht sogar unseren feldern sehr schön und ich erhöhe mal unsere gold sammeln ein anderer gott verhindert augenblick nicht dass wir den göttlichen zauber beschwören können ach so weil wahrscheinlich der regen gerade aktiv ist ich will erst ein dorfzentrum hier setzen und da würde ich eigentlich ganz gerne das kostet gold das kostet sehr viel gold so reichtum für mich das hier kostet allerdings das hier wollte ich eigentlich eh gerade erforschen also stabilere gebäude und solange der goldabbauer aktiv ist sollten wir eigentlich bei der goldabbauer auch arbeiten und für den angriff auf kemsitzfestung brauchen wir eine recht große armee ich könnte nochmal die haltbarkeit von gebäuden verbessern das sollte ich auch machen und pharaonen verbessern wenn ich schon genug kunst habe so hier könnte ich zwingsten verbessern mit ein bisschen holz sollte ich auch machen bei 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 bei